Hallo, willkommen bei einem neuen Part bei Monster Hunter World. Und jetzt wollen wir hier auf jeden Fall die nächste Quest angehen, die wir jetzt so hier machen müssen. Ähm, die hätte ich mir schon alles jetzt ausgeführt. Und ich sag mal, wir machen heute mal bei den letzten Sternen hier weiter. Weil hier haben wir nur zwei Aufgaben. Ich fange mal mit dieser Aufgabe hier einfach an. Und hole uns natürlich auch eine kleine Belohnung mit. Vielleicht bekommen wir ja dann. So. Wie immer geben wir dann zuerst mal was kleines essen. Und dann werden wir auf jeden Fall machen. Wir sind auf jeden Fall schon fast mit das Spiel los. Weil ich hab eben schon mal nachgeschält, wir müssen hier noch 22 Quests erledigen. Also, das bekommen wir auf jeden Fall hin. So, dann sag ich schon mal, dann geht's gleich los. Und es ist ja gar nicht mehr so schwer. Machen wir erstmal bei den jetzigen Parts erstmal den letzten Stern. Damit wir den schon mal komplett haben. Und danach gehen wir bei den anderen Sternenquests weiter. Und ja, wenn wir da alle Quests dann habe, ich denke mal, sind bestimmt noch so knapp 15 Parts. Neben die andere Aufgabe, die ich machen muss. Aber ich setze mal eher, wird nur so 20, 25 Parts oder so. Werden wir wie Feinor brauche. Um da halt über alle andere Quests davon abzuschließen. Den wir noch so machen müssen für Monster Hunter World. So. Okay, die Spur ist gefunden. Und dann gehen wir einfach mal hinterher. Ja, aber ich denke mal, ist noch gut möglich, dass wir so locker 25 Parts benötigt werden. Aber erstmal wichtig, wenn wir die andere Quests noch machen, also die besondere Quest, die mit blauen Ausfuß heißt. Also wenn wir diese Quest machen werden, wie schon gesagt. Werden wir erstmal diese Quest hier machen. Und ich denke mal, so 15 Parts, aber dicke, haben wir die auch fertig gemacht. So, hier kommen auch ein paar Online-Spieler mit rein. Die helfen uns auch gleich bei dieser Quest hier. So, gehen wir erstmal runter zu das Monster. Na. So. Ein bisschen laufen, wie immer. Dann sind wir auch gleich schon da. Da auch noch ein klein bisschen, bis die Online-Spieler hier mit reinkommen. Aber an dieses halt Gamers zu das Monster einfach mal rüber. Okay, dann müssen wir kurz ein paar Spuren mitholen. Und ja, sind wir auch gleich schon da. Ich denke mal, das Monster ist irgendwo hier oben. Okay, ich komme in die erste Spieler schon rein. Und da ist das liebe Monster, ja. So, wir rufen hier einfach mal hin und... Schön auflade, damit wir das Monster schön schnell besiegen können. Und... Na, aber nicht bei uns. So. So. Ist leider auch nichts geworden. Warte mal. So. So ein bisschen her. So zwei Wochen knapp. Wo ich das letzte Mal Monster aufgenommen habe. So soll ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und schön vorhinte. Okay, wo bleiben denn die Online-Spieler? Okay, die kommen hoffentlich gleich. Das ist immer weh, falls man so dritt wie Mia hier sehen könne. Äh, verdammt. Wir sind leider betäubt. So, erstmal auf jeden Fall heilen. So, bevor ich jetzt weiterkämpfen werde. Und komm, weiter geht's. Ja, demikon auf jeden Fall leicht Platz. Ja, da früher schon mal gegen den Kampf wird auf jeden Fall kein Problem für uns sein. So, hm. Na cool. Können wir noch ein paar mehr rein. Dann haben wir den gleich schon erledigt. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall mein Plan. Okay, da auf jeden Fall Abstand nehmen. Aber war eh weit genug dafür weg. Na, komm so her. Wo bleibst du? Na, los. Immer brennen wir. Okay, wir haben nicht vermeiden, dass wir jetzt sterben. Deswegen werde ich mir erstmal kurz zurückziehen. So, dass wir uns heilen können. Okay, ich denke, das dürfte gleich genug sein. So, jetzt voll auf seinen Kopf. Okay, der haut leider ab. Okay, wo fliegt der hin? Okay, der fliegt da unten in die Hülle. Dann gehen wir da doch einfach mal hinterher. So, einfach da im Moment hinterher. So, dass ich mir der auf jeden Fall blatt machen könne. Oh, siehst du ganz schön kaputt aus. Und... So, es ist egal, ob ich mir brenne oder nicht. So, schön auf deinen Schwanz. So, erstmal heile. So, noch mal surfen in den Kopf. Leider ist er weggesprungen. Ah, wo schlägst du da überhaupt hin? Da ist doch keiner. Na, ich glaube, der ist gleich fertig. Auf jeden Fall. Okay, da vorne können wir uns heilen. Das nutzt du mir auch mal, wenn das hier ist. Na. So, und da ist der. So, sehr gut. Voll auf seinen Kopf. Gibt's da nichts. Der mir kommt in Gefalle. So, gleich hätte ich wieder erledigt. Okay, der ist der Sock. Ähm. Der ist gelähmt. Und da heile ich bin. Werde auf jeden Fall ist alles geben. Ah, nicht weg. Nicht abholen. Komm her. Sehr gut. Okay, wir gehen auf seine Rücke. Und auf sein Schwanz ein bisschen. Und jetzt aber auf seinen Kopf. So. Wir kosten noch ein bisschen was auf den Ballern. Okay. Gut, damit ich eine gute Rüstung habe. Ja, das ist immer gut. Sonst zieht der uns dann nicht ganz so viel ab mit seinem Feuer. Und da sind wir leider kurz gestorben. Das macht glaube ich nichts. Wir sind schon relativ weit mit denen. Ich gucke, ob wir was essen können. Ja, können wir. Und da kommen wir raus. Gut, dann gehen wir schnell wieder runter. Okay, der ist doch wieder abgehauen. Okay, der ist irgendwo da oben. Dann gehen wir da auch gleich hin daher. So. Dann werde ich gleich schon diese letzte Kugel da auf dem Ballern. Und da ist er. Und komm. Okay, jetzt ist er runtergefallen. Sehr gut. Und jetzt können wir der hoffentlich auch den Rest geben. Okay, können wir uns erstmal heilen. Okay, dann liegt er schon wieder. Sehr schön. Okay. Jetzt humpelt er erstmal. Das ist sehr, sehr gut. Aber jetzt fliegt er erstmal weg. In dieser Zeit können wir erstmal die Waffelserfe. Würde ich mal so vorschlagen. Und dann gehen wir so schnell wie möglich hinterher. So, dann werden wir auf jeden Fall den Rest geben. Der ist da unten, wie er seine Hülle verschwunde. Na, irgendwo da vorne. Wieder der Herzungerumpel. Also den bekommen wir schnell Platz. Und... Und... Na. Bläberus. So. Na. Das gehört die Seite. Komm, jetzt lade ich mir noch mal einmal die Waffe auf. Yeah, Leute. Das Monster hat mich auf jeden Fall hiermit erfolgreich besiegt. Also war gar nicht mehr so lange in der Party. Ist ja 16 Minuten lang. Also wunderbar. Ich denke mal, den Sterne Quest hier, da wo mir die Sterne Quest für das Monster ausgewählt habe, werde mir alle beide Monster Quests in einem Part befassen. Also heißt, das Monster hier ein Part und das nächste Monster kommt dann in den nächsten Part ran. Und bei der nächsten Sterne Quest, ich denke mal, da sind schon wieder Monster da, die mir relativ in 6 Minuten erledigen. Da kann man dann wieder 2 bis 3 Quests ein Part erledigen. Aber hier der Monster lasse ich mich mal ein Part. So, der wäre auf jeden Fall schnell und erfolgreich erledigt. Also schwer war es auf jeden Fall nicht. Dank unserer Online-Spieler. Wir hätten den auch dort auch so alleine besiegen können. Das wäre bestimmt kein Problem gewesen. Wahrscheinlich. Aber wir haben immerhin besiegt. So, nochmal 6.000 Centis und unser Jährrang ist jetzt ordentlich gestiegen. Ja, wunderbar. Und dann denke ich mal, wenn ihr den Part das gerade sieht, dann habe ich wahrscheinlich alle Montag, welche da so aktuell sind, so längst vollkreis erledigt. Gibt hier eine andere Musik. Ich glaube, diese Musik ist neu, oder? Kann doch sein. Ich glaube, diese Musik ist neu, oder? Ja, auf jeden Fall. So habe ich die Musik auf jeden Fall bis jetzt noch nicht gehört. Von Monshunter. Dann sage ich mal, auf jeden Fall, wir sehen uns in den nächsten Part, Leute. Bis dann und haut rein.